Kurz gucken, kurz kontrollieren, immer so ein bisschen kontrollieren. Mir ist schon ein paar mal passiert, dass einfach abgeschmiert ist, die Aufnahme. Aber meistens vom Bild, also meine Stimme war dann immer da, aber das vom Bild ist dann irgendwie abgeschmiert. Und es lag nicht irgendwie, weil die Festplatte zu voll war oder so. Dann lag es nicht. Ist ja auch egal eigentlich, ähm, ja. Kletus, ey Trevor, triff mich unten bei der Hütte und wir gehen mal richtiges Wild jagen. Ja, ein andermal vielleicht, Kletus. So, okay, dann, äh... Boah, Alter, bleib das Auto einfach stehen, obwohl ich einfach einparken will. Ja, einparken kann ich jetzt nicht so gut, aber... Aber mit der Sonnenbrille und so sieht es doch fett aus, ey. Und ich werde dir dann auch noch das Jack Nicholson-Kostüm, in Anführungszeichen, dann mal anziehen, wenn wir in Los Santos sind. Bleibst hier, Junge. Halt, du hast es? Ich habe versucht, Trevor. Ich habe versucht. Komm, hier runter, okay? Ich werde dich nicht mehr verletzen. Ich habe versucht. Ich weiß, ich weiß. Ich habe versucht, du sagst, dass du mich nicht mehr verletzt hast. Ich habe versucht, du sagst, du sagst, Michael Townley. Es gibt zwei Michael Townleys living in L.S. Eine ist 83, und die andere ist in Kindergarten. Ich habe versucht, die Lehrer zu stellen, um ihn auf den Telefon zu sein, um zu sein zu sein. Aber sie hat versucht, sich zu holen, die Polizei zu holen. Ich bin kein Molester, Trevor. Shut up, bevor ich Sie, okay? Jetzt ist es noch etwas anderes. Ich habe versucht, die Telefonkarte zu holen. Ich habe mich an Michael Geschenka, über die gleiche Jahre, mit zwei Kindern. Was ist seine Frau? Amanda? Amanda? You're a genius, you moron. Come on, come here. Woo! Don't you ever not tell me things I want to know. Sorry, Trevor. Run, you little bastard. Get out here. We're going to Los Santos. Are we? Not you, me and Wade. What about me? You're CEO of Trevor Phillips Enterprises. Find us some business so that we can make some money. And tidy my shit up. Let's go, Wade, come on. I'm driving. You can jerk me off if I get bored. I'm joking. You can suck me off. Are we going to stop for ice cream? I'm going to stop for. Um, so, so we're heading to Los Santos, then? Soon. I've got to make a stop. Oh, what's your stop? Ice cream? Oh, jetzt haben wir kein Auto mit... Oh, scheiße. Boah, ist Wade. Oh, come on. Ey, ey, ey. Bleib mal stehen kurz. Echt mal hier. Weg. Oh, I got to get my eyes checked. So you got me all for it, all for it, all for it, all for it. Okay, um, that might be nice, but where are we stopping on the way? For fuck's sakes! Another chapter of the Lost has descended on this fine town. Looking to mourn, and maybe revenge their dead. I was thinking me and you could pay our respects. Trevor, I, I, I don't think we'd be welcome there. I mean, look at you and look at, well, kids among their way to begin with? Grief has a beautiful way of bringing folk together, Wade. He's waterborne, he, sir. I wouldn't be here today if my parents had smacked the shit out of me on a regular basis. Teach your kids respect. The government approved way. Thank you, sir. Find my book. Hitting kids works wonders. Today. The Lost Camp. Ooh, I got some fond memories of this place. Ja, ja, ganz genau. Ein paar schöne Erinnerungen, die wir nie vergessen werden. The assholes here. They slipped. Ice took a hold of this whole place. You're lost if you are not forgotten, brothers. We'll find that motherfucker. Ganz bestimmt. Jo, den nehmen wir die Haftbomben. Wow, Schleichen haben wir jetzt schon verbessert. Aber es geht noch besser, es geht noch besser. und herios. I think this was an historisch, war's in Seek. Really great, man. It was a Lost Infinity chapter Jondon. Something all making you proud of. Whatever they said about the snitching man, that was bullshit. Lilly would have never let this shit go down right here. One creepy little dealer taken down a whole chapter. Ridiculous. Let's take a ride. See what kind of shape they left this place in. I think this is the Mitt's. Okay Hau noch welche wieder ab Ist gut Sehr gut Mehr Zeit und mehr Platz Okay Den Das ist der Platz So jetzt geht's weiter Jetzt geht's weiter Und ähm Oh fuck jetzt haben sie mich entdeckt Egal Naja Ähm Es gibt eine kleine Pause Ähm Kurze Unterbrechung Ähm Bis gleich Ja und da sind wir auch wieder zurück Äh Zu GTA 5 Ähm Muss eine kleine Pause machen Wurde gestört und so weiter Weiß jetzt nicht ob man das in der Aufnahme hört Ist ja auch egal Ähm Ich hab mal das Licht bei mir angemacht Das war echt dunkel hier Echt creepy Aber egal Weiter Wurden jetzt äh Gesehen Leider Das ist natürlich sehr scheiße Das ist natürlich sehr kacke Komm doch her Komm doch her Krieg ich zwar vielleicht nicht die Surf Wir sind zumindest alle weg Naja Ich hab das äh Als ich schon mal gespielt hab Besser gemacht Äh Ist jetzt auch egal Und äh Naja Erstmal geh ich bitte raus Jaja Ich geh jetzt zu Wade Wo war der noch Ach da war er Stimmt Was ist denn mit dem los Oh mein Gott Oh 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 But Los Son Sure Oh Wall isiert Lass Start Bad Wir Wir g dónde Wahr Ich weiß nicht mehr. Wir holen meinen alten Freund. Dieser Michael Townley sollte dich richtig schlecht haben, um ihn zu finden. Er hat mich nicht schlecht. Die Leute, die ihn töten? Die Regierung, die mich schlecht. Aber... Wenn er tot ist, wer ist das? Jetzt beginnst du die Fragen beantworten. Wer ist dieser Mann, mit meinen Fähigen, mit meinem Fähigen, mit meinem Fähigen? Mit meinem Fähigen? Mit meinem Fähigen? Mit meinem Fähigen? Wow, das ist echt ein Mindfuck. Ja? Ich zeige dir ein Mindfuck. Ich werde mein Mann in deine Augen kommen. Es wird aus deinem Lachen kommen. Nein? Ich meine nichts? Ich habe einen Tee? Trevor? Lübe deine Augen, Fähiger. Ich werde deine Fähigen. Ich bin ein Mann bereit, dich in ein Roadkill. Bitte! Ich werde mich nicht in nichts machen. Ja, ja, alles ist in Ordnung. Wir sind noch nicht da? Nein, Wade. Wir sind noch nicht da? Wir sind noch nicht da? Du steckst das. Du wirst nicht da da. Kannst du mir eine Geschichte erzählen? Nein, Wade. Let's play a game, dann. Du kennst das Tier? Du kennst das Tier, Mineral oder Vegetable? Ich gehe erst. Ich bin Nanotechnologie. Was? Du wirst? Oh! Dammit. Ich habe es weg. Ich war nicht zu sagen, was ich bin. Ich werde wieder anfangen. Tier, Vegetable oder Mineral? Hey, hey, hey. Wie ist das? Ich erzähle dir eine Geschichte, wenn du nicht mehr sprechen kannst. Ich liebe Geschichten. Natürlich. Natürlich. Diese Geschichte ist über ein Junge von Tr... 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 Trisha. Ist Trisha ein Junge? Es geht nicht. Das ist ein Junge. Er war 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 ein Junge im Kanada. In der Kanadischen Grenzen der USA. Okay. Dieser Junge hatte alle die Talenten, Charisma und Guile, die ein Junge konnte haben. Aber er wusste nicht, was zu tun. Er sollte sich sein, ein Spielballer zu sein. Nein! Er sollte nicht, weil er nicht ein fucking sell-out-Idiot. Oder ein Hockey-Player. Er hat das für ein bisschen aber sein Coach accidently hat ein Stick jammed up his ass. Was könnte er tun? Ich erzähle dir in eine Sekunde, okay? So, lass mich auf der Straße konzentrieren. Trevor! Hey! Awww! Oh mein Gott, Alter! Das Auto ist ja echt beschissen. Doch, ich brauche ein neues Auto. Gehen wir nicht nach Los Santos mehr? Doch, wir gehen nach Los Santos. What the fuck? Sehr schön gedriftet. Er weiß, ich will aber lieber dieses Auto haben. Boah, erstmal einen Schlag in die Fresse und dann raus hier. Komm, steck ein, wait! Ja, richtig. Ja, richtig. Mal ein bisschen schneller fahren hier. Mal ein bisschen schneller fahren hier. Ja, den Michael, das ist wo die Menschen wieder zurückkehren. Es ist fast 10 Jahre alt. Aber du wirst du noch ein paar Tage oder so, oder? Du Möller-Fuckin-Fuck! Ich griefe für dich! Du warst gar nicht wirklich tot. Du warst mein Lieblings-Friend. Also, du wirst werfen, du wunderschön! Cousin Floyd will live hier! Los Santos! Die Stadt der Böden! Wo würde er sein? Floyd, in Gaffeechee Beach. Willst du mir die Geschichte? About that boy, Trisha? Ah, ja, ja. Wo waren wir? Du sagst was er könnte. Er könnte nicht schlafen. Und seine Karte hatte einen Schuss, wie ich hatte. Genau, genau. Aber er könnte fliehen, dieser Typ. Er hat sich in die Luftwaffe fliehen, um alle Tage lang zu spüren, um die Kirchen zu füren, und vielleicht, vielleicht, die Nukke zu verabschieden. Alles ging gut, bis zum einen Tag, bevor er seine Wände hatte, eine schweige Wälder in der Arbeit von psychologischen Evaluatoren, und sagte ihm, er sei unabhängig! Er hat ihn für eine命! Das ist schrecklich! Es war! Er hat ihn! Er hat ihn zu einem tiefen Schmerz, und Schmerz. Und dann, als er er auf den Böden hat, er hat einen schweig, 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 unter einer Brücke. Das ist cool! Was ist dein Name? Mike! Michelle! Eine Frau? Er hat einen Schmerz! Er hat einen Schmerz! Aber nein! Er war ein Junge! Michelle ist ein... ... ... ... ... ... ... Er war ein Junge! Er stand unter seiner Brücke, ... ... ... ... ... Er war ... Whoa, Trevor! Dinge, ... 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 Und du wißt du was, kleine Trisha hat die Leute gemacht. Und kleine Trisha hat es gut gemacht. Und hat Luke glücklich gemacht? Für einen Moment. Bis zum Trollen zu einem Trollen in einem Stripclub. Und sie verletzten sich verloren. Und er hat ihr ein paar Fake Troll-Tits gekauft. Even größer als seine Troll-Tits. Damit sie mehr Geld verdienen. Und vielleicht ein bisschen auf der Seite, ohne Kohlwerk. Aber du hast das von mir gehört. Wow! Und dann, sie hat ein paar kleine Trollen. Und der große Troll-Troll unter der Brücke ging so leicht. Hold on, was? Also, kleine Trevor hat einen neuen Freund. Called Brad. Und er war zu denken, um mich zu drehen. Oh! Oh! Wir sind nach Floodhaus. Ich sehe ihn auf iFind maps. Ich gebe dir die Richtung. Keep es straight, jetzt. Go straight auf hier. Es ist hier. Ich sehe ihn wieder. Ich sehe ihn bitte, öfters. Und hier ist das hier. Ja, das ist es. Freud! Freud! Hey, come here, Trevor! Freud, it's me, Wade! Who? Me, Wade, your cousin! Who? Your cousin! Fuck! It's come to visit you, you rude fuck! Now get up off the floor and fix me a fucking drink! Oh, you, Wade! I heard you was off smoking meth somewhere. No, not somewhere. Here, he's gonna smoke meth here. Give me a fucking lighter. You can't smoke here. Okay. This is my girlfriend's place. She's at a business conference. You can't smoke here and you can't stay here. How's it going, cousin? It's been a while. Yeah, I ain't seen you since you was caught in Evelyn's bed. A guy that would never prove. You gotta go. Both of you. My girlfriend? She'd kill me if she knew I had guests. It's not much of a girlfriend if she don't like your family. Now would you get me a fucking drink? I'm not gonna ask you again. Oh, yeah? Okay. Wait, I ain't got no booze. Then you go out and fucking get me something. You go too. Alright. Fuck. Floyd's Apartment kann jetzt als Unterschlupf genutzt werden. Du kannst Fahrzeuge speichern, indem du sie in der Zufahrt parkst. Alles klar. hijo, lady.